Die schwarz-gelbe Bundesregierung hält hartnäckig an ihrer Weigerung fest, einen gesetzlichen Mindestlohn in Deutschland einzuführen. Die SPD gibt die Forderung zugunsten eines faulen Hartz-IV-Kompromisses auf. Die Folgen sind dramatisch. Trotz wirtschaftlicher Erholung stagnieren die Reallöhne. Fast sieben Millionen Beschäftigte werden bundesweit mit niedrigen Löhnen abgespeist. Mehr als 1,4 Millionen Haushalte müssen ihren niedrigen Lohn mit Hartz-IV-Leistungen aufstocken. Es besteht also dringender Handlungsbedarf. Deshalb kämpft DIE LINKE für einen flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn, der in den nächsten Jahren auf 10 Euro die Stunde steigen soll. DIE LINKE ruft deshalb für den 12. März zu einem bundesweiten Aktionstag im Kampf für einen gesetzlichen Mindestlohn auf. Wir wollen an vielen Orten in der Bundesrepublik dem Lohndumping ein Gesicht geben. Wir wollen auf der Straße und vor den Betrieben unsere Forderung nach einem Mindestlohn deutlich machen. Es wird Zeit, dass Deutschland dem Vorbild von 20 europäischen Ländern folgt und einen gesetzlichen Mindestlohn einführt. Lohndumping muss verhindert werden. Machen Sie mit beim Aktionstag der Linken am 12. März.